Ich hab echt schlechte Laune heute. Wieso denn das? Du, ich bin jetzt in der dritten Staffel von Seams. Weißt du, das ist Suchterwehen und man kann nicht aufhören, aber die Zeit fehlt mir irgendwie beim Lesen. Ja, aber im Moment streamen alle, ne? Na, ich mach das Pantibiti, äh, DVD. Also ich bin nicht so... Ich streame ja im Kopf. Wie machst du das? Ich lese. Alles über Heather. Der Autor hat so eine Serie gemacht, Mad Men oder so, kenn ich gar nicht. Und noch die Sopranos. Und das merkst du beim Lesen. Das ist so schnell und so super und du hast das Gefühl, zwei Stunden drehst du deinen eigenen Film. Super. Das hat natürlich den Vorteil, weißt du, du hast deine eigenen Gesichter vor Augen und nicht irgendwie jemanden mit einer Kleke Stimme, den du nicht erträgst. Na gut, gleichzeitig hast du nicht die zukünftige Schwiegertochter der Queen. Stimmt. Halt.